Es wird heute wieder interessant bei fluglehrerteam.de. Heute fliegen wir vom Flughafen Stuttgart und starten dort von der Piste 25 zum Flughafen Braunschweig und landen dort auf der Piste 08. Jetzt gibt es auch den Online-Live-Theorie-Kurs PPL auf fluglehrerteam.de. Stuttgart Information Golfmet Report Time 1941. Inbound Traffic. Expect dialysis approach. Runway 25. Deporting Traffic. Runway 25. Transition Level 70. Wind 180 degrees. 4 knots. Visibility 10 km. Clouds scattered 3400. Broken 4600. Temperature 090 degrees. 2.08 degrees. Q&A 1002 Hektepascal. Temporary Change. Wind 230 degrees. 7 knots. Visibility 4500 m in range hours. Broken Clouds 3000 feet. Cumulus Nimbus. Stuttgart Information Golf. Out. Stuttgart Information Golfmet Report Time 1941. Inbound Traffic. Expect dialysis approach. Runway 25. Deporting Traffic. Runway 25. Transition Level 70. Wind 180 degrees. 4 knots. Visibility 10 km. Clouds scattered 3400. Broken 4600. Temperature 090 degrees. Dewpoint 08 degrees. Q&A 1002 Hektepascal. Temporary Change. Wind 230 degrees. 7 knots. Visibility 4500 m in range hours. Broken Clouds 3000 feet. Cumulus Nimbus. Stuttgart Information Golf. Out. Have a great day.